willkommen zurück zu einer weiteren runde fallout 76 für mausi schon die letzte runde wieder ganz alleine so aber wir gehen jetzt erst mal noch mal kurz zum händler wir müssen halt ausnutzen dass wir sie jetzt eine folge haben und von glück jetzt saugen wir dürfen uns nämlich jetzt zwei waffen wieder kaufen und es ist eine kampfgewehr was scheiße ist und noch mal aber kommen jetzt 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 saug 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 und vierfach kampfgewehr mit höheren nachladegeschwindigkeit ach man also zum kugeln verschießen werden kampfgewehr echt nicht schlecht aber mit vierfach so eins davon können wir ja sowieso wieder in den schredder schmeißen schmeiße ich das mit roboter weg einmal können wir noch einmal noch einmal unterdrückers gettling das brauche ich auch nie aufrüsten ja gut ja gut ja gut kann ja jetzt da oben noch mal kurz war aber auch schlecht dass auch mal wieso weil als du gesagt hast wir gehen jetzt mal zu dem händler hat er verbrannte bei mir gesagt nein ach so ja das hättest du nur sagen müssen mausi dann hätte ich doch jetzt noch nicht gegambelt hier so gucken wir mal das können wir ja da habe ich hier ich habe hier 56 von 56 heißt ich habe eigentlich alles könnten ein 38 automatikverschluss draus machen 45 ging hier nicht noch andere patronen rein jetzt ging hier nur 38 maximal mal gucken entweder auf 38 dann würde mein ding ist ja nichts mehr machen und zum kugeln verschießen sagt bloß ihr seid jetzt nachgespawnt oder was ich habe eben geguckt ob ich hier jetzt kurz meine ruhe haben kann aber nein ihr müsst ja jetzt noch mal antanzen hier ja komm her lass mich durch du kriegst das messer dass mich arzt ich schlitz dich sich mag ja das geräusch von dem dünner messer schon so jetzt das ist immer so ein schlitz schlitz ich gehe mich dann mal einweisen du gehst dich einweisen okay ja in die strafanstalt achso so wir könnten ja optimierten nehmen mächtigen wenn dann schon mächtigen automatikverschluss gesagt höhere nachladegeschwindigkeit ich will ausprobieren ob das jetzt wirklich in ordnung wäre oder nicht so dann brauche ich eigentlich im mittleren lauf aber das hat er ja nicht kurzer oder lang dabei lang drehe ich zu sehr ab machen wir mal aus der hüfte am besten nach power rüstung kommen rein aber in kurzen oder meinen lang drauf wenn ich noch ein schalldämpfer drauf machen brauche ich eigentlich lang weil man lang drauf dann brauchen wir hier natürlich im wuchtigen ja eigentlich aus der hüfte wäre präziser gewesen scheiße aber umsonst geld ausgegeben so beißende schnelles ich glaube ich schnelle mal mal sehen wie schnell das wird dann machen wir hier mal ein reflex drauf das finde ich immer noch besser und ein schalldämpfer produziert nämlich ordentlich so mal gucken ob das jetzt in ordnung ist oder nicht so 20 jetzt von hause aus vierfach 85 geht auch mit der schnellere nachladegeschwindigkeit könnte jetzt noch den perk reinnehmen aber den braucht man ja jetzt nicht eigentlich geht das ding ist jetzt bloß wieder halt ein bisschen schwer weil gewehr war deine familie schon wieder unhöflich warum ist meine familie schon wieder unhöflich der wollte mir das gehirn zermatschen der lange war verkehrt auch noch den kurzen ich habe sie bloß gerade meine ganzen kugeln raus gesagt ich finde vierfach immer schon cool aber das doppelte und dreifache magazin ist meistens richtig genius erst recht bei waffen die sozusagen auch nur einen schuss haben oder so naja also armenbrust zum beispiel nutze ich auch eine vierfach ich finde die halt mega naja ich glaube nicht ich glaube da bleibe ich doch eher bei meiner rasen dann obwohl die kann ja wie gesagt ich glaube ich doch eher bei der rasen dann 1a häppchen schnell in sicherheit bringen jetzt ist mir auch die muni fast leer gegangen aber so zum munitionsschmelzen der 45er wäre es eigentlich nicht schlecht dafür habe ich ja meine tommy gun die kommt ja auch fast genauso viel das ist in cranberry bock okay dafür stirbst du bloß weil ich jetzt ein cranberry bock hast noch gut drei minuten hier ist so noch ein anderer aber der feiert hier gerade mit maulwurfsratten na gut dann machen wir immer so und dann machen wir mal so und dann machen wir so okay der andere hat es gerade gestartet heilung maus wenn du noch was abkriegen willst ich war nicht schuld will ich zwar sonst immer aber diesmal bin ich nicht gewesen da es im natur gesetzt ist dass du immer schuld bist noch immer nur ich habe was gegen die natur ich bin kein hund sagt er zu mir mensch 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 na das sagen ja die skorpione auch gerade zu mir alter lasst mich alle in ruhe der kleine tut mir so leid der stirbt hier im laufenden band wie alt 33 33 jahre alt mensch zu jung bei zumal man kann ich dann auch noch nicht mal mehr retten weil er halt einfach zu wenig life hat durch das niedrig level kriegt ja noch bis 50 mini sind es ein paar life dazu die hauen ihn mit zwei schlägen um das ist dadurch nichts verliert ja es ist wenigstens gut ich hoffe mal dass er nichts verliert wie gesagt den bug gibt es ja immer noch dass es trotzdem verlieren kannst hast du die skorpione graben sich doch ein ne echt ja ach du scheiße habe ich jetzt schon oft genug gesehen ich wollte es noch mal öfters mal bestätigt haben ok ich habe immer gedacht die graben sich nicht ein aber weil ich habe es auch nie gesehen dass sie sich eingraben bei den ratten ja warum hat denn der kleine mich jetzt gehauen und mich gegrüßt ich habe keine ahnung dafür gibt es kein hallo dafür gibt es kein hallo du hast mich geschlagen verschwinde doch nicht meine halos meine halos sind was besonderes das hat sich jetzt irgendwie was wie hast du ihn jetzt gerade genannt nix aber maus ist wenig stechis super naja komm schon und ich nein ich muss nachladen ja wo sind die nebel kriecher hat die kommen gerade erst so wunderbar ja da hinten ist noch einer irgendwo kriegst du den anderen dahinten da ja ja hehehe bumm hehehe bumm auto achso und da hat er den kopfballon pakete kommt geflogen naja wo sei dir da wo du nicht bist ich will bumms machen einmal verrummsen wer sucht denn eine frau und macht bumms ok mausi her komm weißt du was zu trinken für mich zwei pullen wasser ja zwei pullen wasser hab ich locker noch ich hab noch 10 jetzt bloß nicht auf die maustaste klicken weil dann wär ich tot wieso ist da jetzt nur eine runtergefallen ich weiß nicht ich wollte dich grad fragen wo ist denn die zweite ja warte naja ich hab jetzt noch mal eine fallen gelassen hast du die tüte aufgesammelt so jetzt geben wir mal gas hier wir haben noch zwei minuten wenn ich im rühlepp auch mal so viel trinken würde dann wäre ich glücklich ja wenn ich es gut komme komme ich gerade mal auf einen liter das ist aber sehr sehr wenig ja maximal anderthalb so äh hast du noch einen da ist glaube ich noch eine ratte hinterher ok doch jetzt nicht mehr doch da immer noch hä jetzt nicht mehr es nähert sich eine gefährliche 1a bestie denn komm her behemoth ich muss nämlich meine power rüstung reparieren da hinten liegen schon wieder vorräte wo ist er dann im wald er brüllt schon wieder aus dem wald und schmeißt seine steine schon obwohl er nichts irgendwie aggressiv hat ok war ein ruckler hast du ihn angeschossen? ja ich hab ihn schon angeschossen und die kommen jetzt und wollen mich haben aber alle ich meine nachschießen na kommt schon naja schon fehlgeschlagen waren wieder zu langsam ich hoffe ich kriege dann alleine hier hin ich hab mein bestes gegeben wir haben mal ein bisschen zu viel rum geblödelt das darfst du hier unten beim cranberry bock echt nicht machen genau was machst du auch immer für einen scheiß ja jetzt bin ich wieder schuld ja klar naturgesetz ne richtig hab ich nicht erfunden naja das war Gerrit ich äh ne erfülle nur das naturgesetz hast du du schaffst es immer im richtigen Moment mir vor die Linse zu laufen aber diesmal bist du wenigstens davon gesprintet war es also nicht lange dazwischen Kiste 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 die schon wieder leer ist Entschuldigung ach du hast sie genommen was meinst du warum ich gesprintet bin nach rechts nach rechts nach rechts ist ein kürzerer Weg quietsch 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 folge mir folge mich folge mich ich muss mich auch leermachen ok warte ja hier warst du riecht es nach dir du spinnst weil da hast du noch mal laufende Säure naja jetzt muss ich wieder Säure sammeln wieso hast du keine mehr nö warum hast du denn keine mehr da ist noch ein Vieh irgendwo hier unten das meiste ist jetzt weg bisschen hab ich noch glaube ich weiß ich nicht mehr oder hab ich Säure oder keine Ahnung müsste ich jetzt bin ich verwirrt schön da hab ich noch große Mengen doch große Mengen müsste ich noch haben ja weißt du nur du verwirrst mich ich hab wieder was freigeschaltet nice so Raider noch Säure hab ich noch jetzt weiß ich es wieder also Säure hast du noch ja Säure nimmt man immer mit kann man immer gebrauchen weil irgendwas einschmelzen muss oder halt auch für deine Flammenwerfer Munition ne ja ich kann dir aber trotzdem was geben weil es du brauchst ich hab noch 50 große Mengen fast Säure und ich sammle hier immer mehr Säure ein und ich muss echt mal schmelzen also hier muss das jetzt echt mal auch von dem Char so ein bisschen runter ah hier ich wusste doch noch hier ist einer komm her hier ja jetzt hab ich äh schon weg ja toll weißt du da lass ich ihn hier schön vergotten in der Ecke und dann ja auch du bist daran wieder schuld ach so an was bin ich denn nicht schuld deiner Meinung nach ähm ja siehst du da fällt dir schon nichts mehr ein also ganz ehrlich echt was kann ich denn dafür wenn es in der Natur gesetzt ist dass du am allen schuld bist eieieiei mause 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 aber wir nähern uns langsam folgenende also wenn du noch irgendwas wichtiges jetzt in der Folge sagen willst oder machen willst äh ja aber schön hier zu sein ich hoffe es freut euch dass ich hier bin keine Ahnung ich finde es gut in sowas lass mich bin ich gut in großen Verabschiedung einfach tschüss und dann ist gut tschüss hast du rein ähm sonst fließen nur wieder Tränen, ich bin doch so nah am Wasser gebaut Mensch nicht so wild ja Fuß juckt jetzt jucken die auch mal auf die Füße weil sie schlimm ach schon besser So, und ich sammle mir jetzt hier nochmal den Rest auf. Hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Okay, ich habe ins Wespen-Nächste gestochen, also kommen sie jetzt alle an hier. Also und die an dich nochmal danke für die Fusionskernchen. Luch, dann euch für. Hättest aber mal fragen müssen, wo ich auf den Privatschau reingeguckt hatte. Weil der hat deutlich mehr Fusionskerne als jetzt hier LP-Char. Soll ich sie wiedergeben? Ach, Quatsch. Ich werde doch jetzt nicht sterben, bloß weil ich jetzt nur noch 29 Fusionskerne habe. Das wird fürs Event noch ausreichen. Ich nutze ja jetzt gerade keine Gatling-Waffe. Die Fusionskerne schmelzt. Und guck mal hier. Da habe ich wieder 30. Na ja, das mit dem Wackeln nervt schon ein bisschen hier. In der Powerhammer. Na gut, machen wir jetzt erstmal aus, Mister. Ich darf mir doch nochmal Wasser von deinem Camp klauen, oder? Ja, aber nicht zu viel, weil ich brauche selber noch Wasser. Lassen wir wenigstens einen voll drinne. Gut. Achso, ja stimmt. Ich muss ja jetzt hier meinen Eimer holen. Oh, hallo! Wollen Sie es nochmal versuchen? Achso, der hat gar nicht gecheckt, dass ich da bin. Dann schenke ich mal zu den Wagen. Auch gut. Noch ihr Vorgang reingeleitet. Ja, ich lege ja schon los. Ich habe sogar meine 38er jetzt fast leer, ne? Okay. Also, ich gehe bald auf die 0 zu, mit allen Munitionsstand. Heißt, die nächsten Aufnahmen werden nach dem Fleisch-Event nur noch Munition, Munition, Munition. Munition, Munition, Munition wieder dazu. Ja, aber geht schnell. Ich denke mal, das wird so in 6 Folgen so, zack, fertig. Da ziehe ich sogar noch die Dailies nebenbei. Oh. Das Schlimmste, was ich, glaube ich, finde, wird, ist Stahl. Stahl? Stahl. Ja, weil davon brauchst du ja wirklich massenweise. Und nochmal bedenkst, für 50 Kaliber brauchst du ja 10 Blei und 40 Stahl. Das heißt, wenn du es jetzt mal hochrechnest, auf den 10er Schritten, dann brauchst du ja... Lass mich in Ruhe. Ähm, brauchst du ja 100 Blei und 400 Stahl. Ja. Oh, nochmal 1a Häppchen. Na, so viel Stahl habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur noch 6 große Mengen. Nee, behalt, behalt. Behalt. Und Säure habe ich 36 große Mengen. Na, siehst du, hast du doch eigentlich auch ein bisschen zu viel, weil, denk dran, Säure ist ein bisschen schwerfällig, ne? Ja. So. Ich gehe mir aus der Sonne. Ich will mein, äh, Quest abschließen. So, jetzt muss ich mich beeilen. Weil wir haben ja auch gleich schon wieder das andere. So, jetzt aber. Kohle ablegen. Nicht, ah, ah, ah. Ich habe keine Zeit mehr. Ah, ah, ah. Ich muss mich jetzt beeilen. Aber für den Strohhalmbecher, äh, reicht es noch die Zeit auch zusammen. Jetzt finde ich gleich 3 Stück. So, mach hin. Ja, ja, ich mach ja schon hin. Oh, Strahlenstoff. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe das Spiel gewonnen. Ich finde den voll cool. Das ist genauso wie das Klatschen bei Aion. Wenn man eine Quest da abschließt. Die, 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 die. Das ist auch eine schöne Belohnung. Das ist auch dieses Juhu. So. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal das große Ding. Ach, du willst nicht? Okay, dann muss ich ja. Nee, ich will nicht. Was, du willst nicht? Oder? Nee. Okay. Ich bin mal zu faul. Du bist immer zu faul. Danke, der Herr. Na, bitteschön. Dafür kriegst du nachher was Leckeres. Ich will sie jetzt schon haben. Das dauert noch lange. Ich muss noch ein paar andere Dinge vorher machen. Aber ich muss jetzt aber gleich wirklich meine Power-Version reparieren. Sonst fällt mir das Bein bald ab. So wie bei Lebra? Ja, noch schlimmer. Das platzt dann so auf, so. Das ist Mist hier. So, das Auto habe ich jetzt mal gesprengt. Aber wenn dann bei Lebra die Sachen abfallen, tut das eigentlich weh? Oder ist das vorher schon abgestorben? Eigentlich müsste es vorher abgestorben sein. Aber ich bin leider nicht Lebra-Klang. Ich weiß sowas nicht. Wieso leider zum Glück? Ja, aber leider, weil ich es jetzt nicht weiß, weißt du? Kann man ja googeln. Du wirst es nicht. Ja, dann... Hast ja gleich noch was zu tun. Jetzt hauen die jedes Mal ab. Jetzt hau doch nicht ab, du blöder... ...Skorpion. Wir haben es jetzt schon einmal verkackt. Jetzt wollen wir es wenigstens noch einmal schaffen. So, würde ich auch nochmal... ...vergoogeln. Dann rennt noch einer rum. Komm her, ja. Du wirst durchsiebt. Der ist tot. Das ist nur eine Ratte, aber machen wir trotzdem tot. Ich habe wieder Nachladeback. So. Komm in, das Target, acquired. Wirst du da gar nicht in deinem Baum verstecken? Nein, töte mich nicht. Bulltuttle, Bulltuttle, Bulltuttle. Du und deine Maulwuchsratten. Du bist eine kleine Maulwuchsratte. Wahrscheinlich deswegen. So hässlich bin ich genau wieder nicht. Ach, jetzt wird sie hässlich. Aha. Aber die ganze Zeit immer sagen, Bulltuttle, Bulltuttle, Bulltuttle. Das heißt ja nicht, Beino, weil ich das sage, dass es nicht schön ist. Alter. Eklige... ...kleine Missviecher. Ach, ich habe es super ausgerüstet und ich drücke dreimal drauf. Eine Kriecher ist da hinten noch. Ach, ich schaffe es sogar nochmal ein Level. Zwar jetzt nicht mit dem Event, aber heute ist es definitiv noch drin. Da ist noch einer. Wegrummsen. Da kommt noch einer aus dem Wald. So, jetzt haben wir aber. Dritte Welle. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben, sonst schaffen wir es nicht. Hm. Also jetzt nochmal Turbo drauf schalten. Na, wo sind sie? Spawn schneller. Spawn schneller. Da ist noch einer. Hm. Einen oder zwei müssen jetzt noch spawnen, oder? Nee. Jetzt kommt große Behemoth. Solle antanzen. Na, ist wieder hinten im Wald. Na, Psycho macht schon ordentlich Damage. Jetzt macht ein paar Brannter hier. Ähm, hier vorne ist gleich ein Loch um die Ecke. Jawohl, abgeschlossen. Soll ich dir was sagen? Was denn? Er hat Loch gesagt. Du Spinner, du. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz nach Hause, repariere mein Zeug und dann geht auch gleich das andere Event los. Mach doch nicht sowas. Mach doch nicht sowas. Was? Ich bin überladen, bin ich nicht. Hör auf zu lügen. Ich habe keinen Radhirsch mehr, so ein Mist. Aber ich habe noch ein Bier. Irgendwo habe ich eins. Ich weiß, dass ich eins habe. Da. Zählen wir doch nicht so ein Schmarrn. Gut, dann machen wir jetzt hier nochmal den Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.